Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Liegt eine Puderdose bitterkalt Ein fetzten Stoff am Stuhl Hier wohnt diese Lotte Pulvermaus Die holt das kalte Pulver aus der Puderdose raus Und pudert, was das Pulver hält Sie lebt in einer kalten Puderpulverwelt Lieselottes Puderpulverwelt Lieselottes Puderpulverwelt Lieselottes Puderpulverwelt Lieselottes Puderpulverwelt Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018